Einmal hinschreiben, beim Kacken denke ich an Duftkerzen. Aber weh, das sind jetzt einer, das geht jetzt. Wir haben zweimal die Ursache noch drin. Echt? Ups, dann lassen wir einen raus. Ja, das müssen wir ja fertig machen, aber das können wir ja nicht aufhören, also? Doch, können wir trotzdem. Ich denke beim Kacken an. Todesursache. Game, Spiele? Habe ich noch ihn frei? So, ich habe doch zuerst hier drückt, Mann! Wie läuft mein Chat, Uwe? Läuft alles super jetzt. Okay, cool. So, Stadt haben wir Dortmund, Dortmund, Dessau, Dessau, Deutschland, Dänemark, Dänemark, Deutschland, Beruf haben wir Dachdecker, 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 Tier haben wir Dachs, 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 Beleidigung, dummer Hund, dumme Kuh, Dödel, Depp, Spiele, Dying Light, Deponia, Deponia, Doom, Auto, Daihatsu, Dacia, 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 Dacia. Todesursache ist Durst, Dolch im Hals, Dachziegel auf dem Kopf, ja, das ist sehr gut. Modwaffe, ein Dolch, ein Dolch, ein Dachziegel und als Todesursache, das hatten wir ja schon mal, Dachziegel auf dem Kopf. Ort, wo Sex richtig gut ist, Dach, Damen, Klo, Dachboden. Ich denke beim Kacken an Darmhals. Der ist gut. Der ist gut, alles klar, also kann man so lassen, das ist echt super geworden. Oh Gott, ja. Oh. Ich kann irgendwie nur einspielen mit Endes, die Klinge. Was ist das? Huhuhuhuhuh. Oh, meine wunderbare Frau, die bringt mir gerade Obst auf Spieß hier. Mhh, lecker. Danke, meine Hase. Dankeschön. Wenn ich meine Frau nicht hätte, ihr Lieben. Nein, boah, welcher Honk drückt denn da? Mann. So, Nordhausen, Nordhausen, Nürnberg. Hallo, grüße dich. Hallo. Niederlande, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Berufhammer, Nageldingster, Nageldesigner, das wollte ich nicht schreiben, Nutte. Nasenbär, Nutria, Natter, Nasenbär. Beleidigung, Nutte, Nutten, Arsch, Nutte, Nutte. Mhh, meine, 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 meine. Game, Spiele, da steht Nessa. Das ist, die anderen haben nicht. Auto haben wir Nissan, Nissan und zweimal nix. Todesursache, niedergetrampelt. Ja, das stimmt, ja, doch, ist okay. Mordwaffe, Nietenpistole, Pistole, Nagelpistole, da so weit war ich ja noch ja nicht. Sex an einem Wort, der richtig gut wäre, wäre die Natur. Niederflurbahn oder Nacht im Busch. So, ich denke, beim Kacken ein Nacktheit, Nüsse knacken und Nathalie. Das ist natürlich doof. So deutet dich an Nathalie dagegen. Ähm, er meint wahrscheinlich Doppel mit Keule und Ganzen. Ach, das kann sein. Das kann sein. Das kann sein, das ist anders. Also, das muss ich immer nicht mehr ausmachen. Ach so. Das kann sein. Oh, man. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, das darf doch nicht wahr sehen. Wartet mal kurz was? Ja? Ja, wir spielen danach den ETS-2. So. Also, Kassel, Köln, Karlsruhe, Kassel, Kroatien, Kroatien, Genia, Kackland. Was? Kackland? Gibt es nicht, kommt weg damit, den Scheiß. Kranführer, Kleppner, Kleppner, Kaninchen, Koala, Kamel, Kamel, Kackkopf, Kackbraut, Kuppenkopf, Kackarsch, Killing Floor, Krankenschwester Simulator. Ja, doch, den gibt's, den gibt's, den gibt's, den gibt's, ja, den gibt's, Königseck, war das ein Königseck? Ja, Königseck, das ist okay. Todesurser, Krebs, Kotzen, Tod und Krebs. Ein Ort, wo Sex richtig gut wäre, wäre ein Kran auf dem Kamel, Kamelhöcker, Küche. Ich denk, ich denk beim Kacken an, Kunst, Kackstuhl, K und Kack, ja, also hier K und Kack, dann kommt ihr weg hier. So was, ich würde Kacka helfen. Ja, leider nix mal drücken. Na, bin schön, dass ihr da seid. Wir spielen gerade Stadt, Land, Fluss. Ja, das hat, ähm, bei der nächsten Runde kannst du gerne noch mitmachen. Ja. Ja, schicken wir ihn gerne, und hier geht noch mal raus, weil ich glaube, jetzt so mitten drinne. Genau, wir machen jetzt gerade 10 Runden. Wer danach mitmachen möchte, der meldet sich bitte im Chat beim Poiki oder hier bei mir auf Twitch. Und wir schicken dann einen neuen Link raus. Okay, gut, machen wir jetzt weiter. Ich hab ja schon unten bestätigt. Nächste Runde in drei Sekunden. Oh, mit V8, du scheiße. Ähm, ähm, ähm. Beruf. Ähm. Und hier mit. Ähm. Ähm. Mache ich mal mit Pünktchen, Pünktchen. Ich, ich denke beim Kacken an. Ähm. Ein Ort, wo es sex richtig gut wäre mit V8. Ach du scheiße. Todesursache. Ähm. Was habt ihr euch da auch gesucht? Ja, gut, lassen wir, lassen wir, lassen wir wendig gelten oder wollen wir wendig rausschmeißen. Ja, gut, lass mal. So, Venedig. Was, Vieh ist, das ist doch keine Stadt. Näh, Vieh gibt es, Vieh ist weg hier. Vieh gibt es sich. So. Ich stimme dagegen. Venezöne, was ist denn, was ist denn, wer, 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 den Ding, den kenne ich auch nicht. Hau ich auch gleich weg. So, was gibt es hier nicht hier. Nee, ist kein Land. Nee, nee, nee. Never. Na, bin schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Wir spielen gerade Stadt, Land, Fluss. So, und Tia, Vogel, Vogel, Varan. Eine Beleidigung, da habe ich Pünktchen, Pünktchen hinterher gesetzt, das möchte ich auch gar nicht so ausschreiben. So, Vogel, äh, was ist ein V mit Pünktchen? Ach, okay, alles klar, lassen wir gelten. Ja, ja, ja. Da haben wir Van Helsing 4 gewinnt. V, GTA, das heißt, GTA 5. Ja, ich weiß. Nee, V, GTA, V, GTA gibt's nicht. Bei Auto ist alles okay. Äh, Todesursache, verprügelt. Vögeln. Oh, hier, Keule. Verhoben. Also, der Poiki, wenn der sich verhebt, dann stirbt der gleich. Verhübt? Verhübt. Ich hau das mal weg, das ist ja kacke hier. Weg mit dem Mist. Obwohl, wenn man, man kann sich wirklich die Stemper vornehmen. Wie soll denn das? Was? Na, warte, du gibst was Schweres auf, das fällt dir runter, du stolperst und landest irgendwo. Ja, das fällt mir auf den Zeh, aber doch nicht. Nein, weg, nischt, nischt. Nein. Nein. So. Mordwaffe. Mordwaffe, Veganer, Wladimir Spaceballschläge. Veganer ist doch keine Mordwaffe. Veganer, wenn Veganer dich ermordet, natürlich, Todesmordwaffe, Veganer. Das kommt wieder rin, alter. Videokamera. Ja, ne, Videokamera, weg, weg. Zu Tode gefilmt. Ja, der kommt weg. Der Poiki, der filmt. Das finde ich auch doof. Hey. Sex auf der Veranda, oh ja, Sex auf der Veranda ist gut, Sex im Vogelbauer auf dem Van, ja, oder im Van, Poiki hat discht. Ich, ich, ich denke beim Kacken an, naja, wir wissen Bescheid. Was ist denn da unten, der Pfarrer kommt weg, weg. So, ich bestehe dir. Hi, Jeffro, David. Aber wieso kann ich die? Aber lassen, weil oben bei Beleidigungen haben wir Pau aufgelassen. Ja, aber da hat er die Pünktchen vergessen. Ach so, man muss ein Pünktchen setzen. Na, drei. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ich meine, Wladimir Spaceballschläger ist doch auch nicht. Nein, nein, du solltest, nein. Namen vorsetzen, genau. Richtig, das ist doof. So, so denn, weiter. Na egal. Ja, ich weiß. So, Beruf. Ja, Mann, ey. So, ich weiß. Nein, wer macht denn sowas? Okay, Stadt, Vorzeit, Potsdam, Pula, ja, ist er richtig, Beruf, Pornodarsteller, Putzfrau, Popika, Popopirat, ne, krieg ich von mir im Minus, so, Panda, Pfau, Pfau, Puma, Peniskopf, Pimmel-Lutscher, Panda-Arsch, ja, okay, okay, da haben wir nichts, da haben wir, Auto, Porsche, Porsche, zweimal, Todesursache, Prostata, Krebs, Pups, Pen, P, Na klar, da kannst du eben mit vergasen, wenn du so richtig, so einen richtigen Bierpups, du hast, alter, da fällst du tot um. Na, guck doch mal, guck doch mal, guck doch mal. Ich bin gut.